Hallo, 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 Leute! Was geht? Euer Knight mir hier. Ich wollte mich nur bedanken eben für 30 Abonnenten. Ich glaube, es sind jetzt schon 32. Weiß ich nicht, naja. Ja, und jetzt machen wir ein kleines Abospecial und zwar geht es um Snake. Wer Snake nicht kennt, man ist diese Schlange, versucht eins dieser Tile zu sammeln und das wird dann hinten draufgepackt und man darf sich selbst nicht treffen und muss halt ganz, ganz viele davon kriegen. Wir kriegen halt ein Game ohne Sinn und Verstand, das unendlich lang geht. Ja, also ungefähr. Ja, und das zocken wir wo? Natürlich auf YouTube. Wer es nicht weiß, man klickt das Video, dann startet es. Kann man nochmal Pause drücken, weiß ich nicht. Klickt man nochmal auf Start. Jetzt drückt man auf seiner Tastatur nach links. Das hält so 2 bis 5 Sekunden und jetzt drückt man nach oben und oh mein Gott, schon geht es los. Seht ihr? Und das Video kann dabei auch laufen. Ich habe jetzt einfach mal eins von meinen Videos genommen, wo ich dann vielleicht die Musik hören kann. So. Oh, komm her. Verdammte. So. Ja, natürlich. Und dafür gibt es auch nicht in den Randpö. Wir haben ihn. Ohohoho. Jawohl. Komm her. So, der Doktor. Ohoho. Komm her. Hab dich da. Der nächste ist da vorne. Hab dich auch. Den hab ich auch. Den. Oh, sag mal was denn los ist. Äh. Der nächste. Ach da. Gerade vorbei. Ich krieg auch noch. Äh. Das war ja alles später. Sag mal. Ich sag nicht, es gibt keins. Oder so. Hä? Ich bin zu blöd, das zu finden. Oder was? Okay. Okay. Ah, da. Verdammte, endlich. Habt. Ah, dann ist es da unten. Shit. Jetzt muss ich eine ganz ehrenrunde drehen. Ah. Ja. Uhu. Doch, das darf doch nicht. So, hab dich Ich auch Ich auch Boah, bin ich gut Verdammte Und den hab ich auch Nein Oh Schade Naja Man kann ja nicht ewig Slacks spielen Ähm Ja Das war jetzt Snake Wow, ich war verdammt gut Und Nochmal Danke an über 30 Abonnenten In 2 Monaten Ach ja, eine Sache noch Verdammte Scheiße Ja, hört auf mich zu fragen Ich mache die Bilder am Ende Eines jeden Let's Play Your Music selbst So als kleines Dankeschön Dass ich mit dieser Person zusammenarbeiten darf Die mir den Musikvorschlag halt gegeben hat Ja, das ist halt so Wenn du ein Bild von mir haben willst Gib mir ein Lied, was ich spielen kann Und ich schick dir das Bild einfach Das ist umsonst Das kostet nichts Ich mache es eigentlich auch Spaß Ah, Lied ist fertig Ja Ähm Sonst noch was Nö Ich glaube, ich zeige euch einfach mal ein paar Bilder von mir Und dann passt das schon Naja Sonst war es von mir jetzt erstmal Ach ja, ähm Pokémon werde ich auch noch Weiterführen Auf jeden Fall Habe ich nur kurz pausiert Weil Aufnahmeprogramm irgendwie Arsch Habe jetzt eine ganz komplizierte Möglichkeit gefunden Doch noch aufzunehmen Aber Naja, werdet ihr ja sehen Dann haut rein Bis Bis zu meinem nächsten Let's Play Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal